... in die Mangel genommen. Nicht gut abgeschnitten haben dabei bisher der künftige Steuerkommissar Semet aus Litauen und die bulgarische EU-Kommissärin für internationale Zusammenarbeit, Romjana Jelleva. Das EU-Parlament kann die Kommission aber nur als Ganzes ablehnen oder eben annehmen. Im Notfall kann die jeweilige Landesregierung aber einen anderen Kandidaten nach Brüssel schicken.